Ja, hallo, hallo zusammen und herzlich willkommen. Ich bin Kay Seifert, ich bin Bachelor Absolvent der University of Europe for Applied Sciences. Dort habe ich Game Design studiert und im Bachelor habe ich mich damit beschäftigt, wie man die Persönlichkeit von Figuren in Gameplay-Animationen kommunizieren kann. Und genau das ist auch unser heutiges Thema. Bevor ich mich aber den Animationen selbst widme, möchte ich erstmal die Frage in den Raum stellen, wer sind denn die Spielfiguren, die animiert werden? Wer sind die Protagonistinnen in Videospielen? Gains stehen ja oft in Kritik bezüglich der mangelnden Diversität und Repräsentation der Hauptfiguren. Viele davon seien alle ein sehr ähnlicher Typ, nämlich männlich, weiß, einigermaßen jung, oft mit Militärhintergrund. Und wenn man sich die Zahlen mal so anschaut, hier zum Beispiel werden die Game of the Year Award nominierten verglichen, dann ist das auch tatsächlich der Fall. Auch genreabhängig lassen sich hier Unterschiede feststellen. Während RPGs häufig gut abschneiden bezüglich multidimensionaler Charaktere, stehen Shooter meistens eher schlechter. Es gibt aber auch viele sehr erfolgreiche Spiele, die Diversität gelungen umsetzen. Hier auf dem ersten Platz zum Beispiel ist sogar ein Shooter mit vielen unterschiedlichen Charakteren, also bleiben wir direkt dabei und reden über die Animationen von Overwatch. Für Games zu animieren bringt einige Besonderheiten, aber auch Einschränkungen mit sich. Vor allem die Kamera ist dabei wichtig. Aus welchen möglichen Perspektiven kann die Animation gesehen werden? Was sieht man überhaupt? Welche Körperteile sind sichtbar? Wie weit ist die Entfernung der Figur zur Kamera? In der Regel steht auch das Gameplay im Vordergrund. Das bedeutet, dass die Animation es nicht negativ beeinflussen darf. Deshalb haben Animatoren und Animatorinnen oft auch sehr strikte Vorgaben, wie lange zum Beispiel ein Sprung dauern darf oder dauern muss. Overwatch ist ein First-Person-Shooter. Das heißt, wir wissen, dass Spieler und Spielerinnen die Animation immer aus derselben Perspektive sehen werden. Meist sieht man dabei auch nur die Hände, vielleicht einen Teil der Arme und in der Regel, da es ein Shooter ist, auch eine Waffe. Und das Ganze von sehr, sehr nah. Hier ein weiteres Beispiel, das beachtet werden sollte. Der mittige Bereich ist hier markiert, der sogenannte Combat-Corridor. In diesem Bereich passieren viele für das Spiel wichtige Dinge, deswegen sollte vermieden werden, diesen mit Animation zu verdecken, damit Spieler und Spielerinnen sehen können, wenn ein Gegner direkt vor ihnen steht oder auf sie zukommt. Gameplay-Animationen erfüllen außerdem eine wichtige funktionale Rolle. Sie sollten kommunizieren, was Spieler und Spielerinnen gerade tun. So, jetzt gerade laufe ich. Jetzt sprinte ich. Offenbar kann ich nicht schießen. Jetzt ziele ich. Und jetzt schieße ich. Es muss sehr eindeutig gemacht werden, was gerade passiert und was Spieler und Spielerinnen gerade tun können und was nicht. Hier ein paar Beispiele, was Animationen darüber hinaus auch noch über eine Figur aussagen können. Hier zum Beispiel haben wir die Laufanimation von Junkrat. Junkrat ist ein sehr chaotischer und aufbrausender Charakter und ist begeistert von Explosionen. Man erkennt, dass er deutlich rumpelt, da er eine Beinprothese hat. Man kann sich denken, woher ein Sprengstoff-Experte diese wohl haben könnte. Er läuft sehr ungleichmäßig und unruhig und dies trifft auch auf seine Waffe zu. Es gibt viele Einzelteile, die lose durch die Gegend wackeln und man fragt sich beinahe, wie sie noch zusammenhalten kann. Dies passt natürlich sehr gut zu Junkrat's aufbrausender und unberechenbarer Natur. Ein Kontrast dazu bildet May. Sie ist eine Wissenschaftlerin, hat einen sehr positiven Charakter, aber sie ist auch etwas unsicher. Ihre Waffe wankt sehr stark bei ihrer Laufanimation. Sie ist nämlich keine gübte Schützin, deshalb hält sie ihre Waffe nicht besonders stabil. Außerdem sieht man, dass die Kamerabewegungen recht schnell sind. Dies dörtert darauf hin, dass sie viele kleine Schritte macht. Und das wiederum lässt darauf schließen, dass sie nicht besonders sportlich ist. Ähnlich wie Junkrat hat sie eine selbstgebaute Waffe. Allerdings hat diese keine beweglichen Einzelteile und besteht nicht vor allem aus Schrott, da sie als Wissenschaftlerin natürlich eine komplett andere Kompetenz hat als Junkrat. Auch die Nachladeanimationen sind besonders interessant. Hier haben wir Junkrat, der eindeutig nicht gut mit seiner Waffe umgeht. Er hat keinerlei Geduld, schlägt das leere Magazin einfach mit der Faust weg. Daraufhin hält er die Waffe nach oben. Und es ist ganz klar, jetzt gerade kann man als Spieler oder Spielerin nicht schießen. Er setzt ein neues Magazin ein und als letztes zieht er den Steuerknüppel wieder nach hinten, in einer sehr effizienten Bewegung, da er dabei automatisch die Waffe auch wieder in ihre ursprüngliche Position zurückbewegt. May wiederum tut genau das Gegenteil. Bevor sie ihre Waffe überhaupt anfasst, zögert sie einen kurzen Moment. Sehr kurz, um die Animation nicht unnötig in die Länge zu ziehen, aber definitiv spürbar. Sie fasst den Knauf an der Seite nur mit den Fingerspitzen an, als würde sie mit empfindlichem Equipment umgehen. Vorbildlich für eine Wissenschaftlerin natürlich. Sie dreht den Knauf und spreitzt dabei den kleinen Finger sogar in einer delikaten Bewegung etwas ab. Ihr Zögern zeugt natürlich wieder von ihrer Unsicherheit. Gleichzeitig achtet sie eindeutig auch darauf, nichts kaputt zu machen. Sie hat ein sehr ausgeprägtes Bewusstsein für potenzielle negative Konsequenzen ihres Handelns. Ganz im Gegensatz zu Junkrat, dessen Ungeduld keinerlei vor sich zulässt. Kommen wir zurück zur Ausgangsfrage. Wie kommt man denn nun zu solchen Ergebnissen? Was kann dabei helfen, die Persönlichkeit von Charakteren in Gameplay-Animationen zu kommunizieren? Hierzu habe ich Guidelines aufgestellt, die ich nach verschiedenen Animationsanalysen ausgearbeitet habe. Die erste dieser Guidelines bezieht sich auf das Charakter-Design selbst. Bevor man sich die Frage stellt, wie man gewisse Dinge kommuniziert, sollte man wissen, was überhaupt kommuniziert werden soll. Welche Eigenschaften hat die Figur, die auf alles angewendet werden können und die sich in allen Animationen widerspiegeln? Dies führt uns auch direkt zum zweiten Punkt, zum Rhythmus. Junkrat zum Beispiel ist sehr unruhig und unausgeglichen, was im Timing erkennbar ist. Vor allem aber bei seiner Run-Animation, wo er die ganze Zeit am Humpeln ist. Außergekräftige Posen sind natürlich auch wichtig, um Persönlichkeit zu zeigen, aber auch um zu kommunizieren, was gerade im Spiel passiert und was Spieler oder Spielerinnen tun kann. Auch Kamera-Animationen sind nicht zu unterschätzen. Während sie eher unterbewusst wahrgenommen werden, beeinflussen sie aber trotzdem massiv, wie es sich anfühlt, die Figur zu spielen. Außerdem ist es dabei wichtig, Spieler und Spielerinnen nicht zu desorientieren und Motion-Sickness zu vermeiden. Der letzte Punkt bezieht sich erneut auf das Design. Da man vor allem die Waffe sehr häufig sieht in First-Person-Shootern, ist diese nicht zu vernachlässigen, genauso wenig wie die Animationen. Fassen wir zusammen. Die Repräsentation verschiedener Menschengruppen in den Medien ist natürlich enorm wichtig. Und diversere Videospielcharaktere helfen nicht nur bei diesem Thema, sondern sie bieten auch ein diverseres Spielerlebnis, was in meinen Augen nur etwas Gutes sein kann. Animation kann sehr viel dazu beitragen und selbst bei auf den ersten Blick generisch wirkenden Charakteren für sehr viel Tiefe sorgen. Selbst unter großen Einschränkungen ist sehr viel möglich. Manche würden sogar behaupten, dass dies die Kreativität fördern kann. Und im Endeffekt, animieren muss man das Ganze sowieso. Deswegen lohnt es sich auch enorm, etwas länger darüber nachzudenken, wie man die Persönlichkeit der Figur einfließen lassen kann in die Animation. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat gefallen und vielleicht konnte ich ja jemanden von Animation und ihren vielen Möglichkeiten begeistern. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020